Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem normalen Video auf dem Kanal und heute gucken wir uns den Archimisten-Kit an und was das kann, das zeige ich jetzt in diesem Video. So, wir sind jetzt hier in einer frischen Runde drin, wie gesagt, als den Archimisten. Wir sehen schon, der Archimist sieht richtig, richtig cool aus. Er hat auch richtig coole Sachen auf, zum Beispiel diesen, ja, ich sag mal, Braustand hinten auf seinem Rücken plus dann nochmal die ganzen Tränke noch vorne dran. Aber Leute, ihr wisst es ja, eventuell ist er doch nicht so gut, wie er aussieht. Aber wir wissen ja, die guten Kids, die immer geil aussehen, sind im Endeffekt nachher richtig kacke. Und wenn wir mal hier in den Shop gehen, dann sehen wir, hier ist das einzige Item, was es gibt von diesen Archimisten, nämlich der Brewing Cauldron. Wir müssen verwechseln mit dem anderen Cauldron, der immer noch kommt und auch ins Spiel reinkommen wird. Aber der Brewing Cauldron, wenn wir mal kurz einen kaufen, dann sehen wir hier, das ist ein sehr, 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 sehr großer Block, gegebenenfalls einen Topf. Und wenn wir den hinbauen, dann sehen wir hier Deposit Ingrind. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier Sachen reinpacken. Und da habe ich schon gerade zwei Sachen gesehen, deswegen würde ich mal kurz hier dahin schnell rennen. Und nämlich, was ist denn diese Sachen, die auf dem Boden spawnen? Zum Beispiel hier, da ist zweimal, ich nenne es mal gerne Gestrüpp, okay, die spawnt, auch super. Aber wie gesagt, das ist dieses Gestrüpp, das hier spawnt. Und das müssen wir auch nutzen, um diese Sachen halt zu sehen, zu craften. Das heißt, zum Beispiel, hier oben ist eine Blume, die nehmen wir auch mal kurz mit, zack. Und da unten ist auch noch eine Blume, da geht jetzt nicht hin, weil das die Mitte ist. Aber wir gehen mal auf den Rückweg und dann werden wir schon sehen. Außer, ah, oh, oh Gott, jetzt sehen. Ah, guck mal, hier ist auch ein Blümchen. So. Oh, 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 oh. Da muss ich einmal kurz, einmal kurz bisschen reinhelfen. Oh, by the way, Sachen können auch hier auf den Teilen spawnen, also auch auf der Wolle. Das ist mir gerade noch so eingefallen nebenbei. Das heißt, nicht wundern, falls da, wie gesagt, das ein bisschen komischer kommt. Auch die Sachen können auch auf anderen Blöcken spawnen. So, wir machen jetzt mal drei Blumen rein. Und wenn wir drei Blumen reinmachen, dann bekommen wir gleich... Oh, was bekommen wir, was bekommen wir? Oh, okay. Wir bekommen eine Healing Potion, glaube ich, soll das sein. Wir können mal gleich mal nutzen. By the way, nehmen wir kurz mal diesen Pilz hier auf. Und wie gesagt, wir können hier, glaube ich, dann mit uns healen. Aber ich meine, das wäre so eine Sache, die man schmeißen kann. Genau, ihr seht hier, das ist so eine Sache, die man schmeißen kann. Also kann man auch schnell damit andere Teammates mit heilen. Kannst du mal kurz mal auf den Boden schmeißen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Deswegen, ich glaube halt, wie gesagt, dass es das damit zu tun hat. Aber wir können auch ungleiche Sachen, also Sachen, die kann es in der Game auch reinpacken. Wo kommt der eigentlich her? So, nehme ich zum Beispiel die Sachen, die ihr gerade gesehen habt. Noch mal kurz ein bisschen mit mir kommen, weil mein Team gerade ein bisschen weg ist. So, einmal hier. Man sieht doch, das spawnen auch extrem schnell überall, ne? Also das ist schon sehr, 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 sehr schnell. Was haben wir eigentlich hier drinnen? Ja komm, wir machen einen Pilz. Wir machen einfach einen Pilz rein. Ich weiß nicht genau, wie genau das einen Unterschied macht, wenn man jetzt so welche Kombis hier macht. Aber ich meine, das zu sehen haben... Oh, okay, die habe ich noch nicht gesehen. Also das ist auch eine andere Potion. Das ist mir auch so eine Potion, die einen verlangsamt wegen der Kette hat. Aber ich weiß nicht, kann man auch schmeißen. Also anscheinend hat das immer was mit dem Gegner zu tun, schätze ich mal. Das heißt, wir machen das gleich nochmal. Wir packen einmal kurz hier Stacheldraht rein, mal nehmen wir es mal gerne. Und dann den Pilz. Die Bume spare ich mal auf, wie gesagt, für später. So, dann gucken wir mal kurz nach. Ist hier irgendwas? Okay, da kommt wieder ein nerviger Geekner, müssen wir mal kurz zerstören auf dem Weg. Um vielleicht noch Sachen zu gucken hier. Ah, okay. Ah, okay. So, jetzt ist er weg auf jeden Fall. Da oben ist ein Diamant. Mal gucken, finden wir immer noch einen Pilz. Ich würde gerne mal diese... Also diese Potion, das ist... Ah, man muss gucken. Man muss gucken. Wenn ich bloß doch nur einen Pilz finden könnte. Also man sieht auf jeden Fall, die spawnen schon irgendwo. Aber manchmal ist es schon ein bisschen schwerer ranzukommen. Bis jetzt spawnt hier absolut gar nichts. Also ich schätze mal, die spawnen genau wie Spirits und so. Aber halt ein bisschen, ja, mehr random. Okay, dahinten ist Gestrüpp, die sehe ich gerade vom Weiten. Wir können mal kurz testen, wenn wir es schaffen noch bis dahin. Weil das sehr schnell die spawnen immer. Ob wir mal... Oh, nein, 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 hier sind Pilze. Hier sind Pilze, wir nehmen die Pilze. Hier nehmen die Pilze so. Zack, machen wir mal kurz das Gleiche. Und dann schmeißen wir mal gleich die Potion auf einen Gegner. Ist hier ernsthaft auf? Hier ist einfach auf der Truhe einfach was gewachsen. Okay, auch nice. So, zweimal Gestrüpp. So, und wir bekommen wieder eine Potion. Mal collect. Und dann machen wir mal zweimal Gestrüpp und ein Pilz. Also genau das Gegenteil, was wir gerade hatten eigentlich. Und wir bekommen... Oh ja, die, okay, die weiß ich schon, wie die funktioniert. Nämlich die funktioniert ganz einfach. Indem man halt die isst und dann nachher explodiert. Also man ist eigentlich so gesehen, ja, man sprengt sich selber mit hoch eigentlich. Fange ich am Anfang ein bisschen verwirrend, muss ich ehrlich sagen. Aber ich kann mal kurz zeigen, was ich damit meine. Packen dafür einmal kurz hier die Sachen weg. Holen wir kurz hier mal einen. Kaufen wir kurz noch was mit jemandem frei. Und dann zeige ich euch jetzt mal kurz, wie das funktioniert dahin. Da ist zum Beispiel, wir erst mal kurz... So, jetzt rennen wir schnell. Es gibt keinen Timer. Ich hoffe, ihr schafft es noch bis dahin. Okay. Aber ihr habt gerade gehört, es hat gerade Bum gemacht. Und dieses Bum, das ist eigentlich das Bum, was eigentlich die Leute halt wie gesagt hochjagen sollte. Aber es ist so unpredictable, dass es halt unmöglich ist eigentlich im Maßen, das herauszufinden, wann hier, wann und wo diese Bombe hochgeht. Ich würde gerne mal diese grüne Potion draufwerfen. Das können auch irgendwie Gifts sein, weil Ravens Krähe ist ja auch grün und hat ja auch so ein Gift-Spread, so wie like. Deswegen, wir müssen mal gucken. Und Pilze, Fliegenpilze sind ja auch giftig, ne? Deswegen könnte es eigentlich Vergiftung sein, eventuell. Nur wir müssen dann eben nicht hinkriegen, dass wir jetzt nah genug an irgendwelche Gegner rankommen und unser Bett nicht zerstört wird dazu. Hier zum Beispiel, warte. Ach man, jetzt hab ich ihn... Oh doch, es ist Gift. Es ist Gift. Man hat kurz gesehen, er hat sechs Schaden Gift bekommen. Also es ist anscheinend doch Gift, wie ich es vermutet habe. Okay, wir müssen uns schon mal aufhören, dass das Gift ist. Oh oh, da kommt ein Diamant-Typ. Das ist jetzt sehr, sehr unangenehm. Oh man, ich bin... Oh man, bruh. Okay, ich bin gerade mit dem Typen unangenehm. Auch supi. So, wir machen das noch einmal, wie gesagt. Ich mach mal die Rennfolge jetzt mal anders. Ich mach mal diesmal den Pilz in der Mitte und dann das stachige Dönschungs am Ende. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das einen Unterschied macht, aber ich meine nichts. So, dann haben wir wieder die Zeitbombe bekommen. Wir versuchen es mal. Wir versuchen es mal, gucken, ob es funktioniert. Kommt her, kommt her. Oh ja, das hat semi-mäßig funktioniert auf jeden Fall. Und ich merke schon, mein Team ist gerade nicht das Beste. Oh man, der hat schon Rageblade. Uiuiui. Ja, dagegen, glaube ich, kann man echt nichts mehr machen. Außer mein Team würde mal vernünftig spielen. Aber wir wissen ja, mit Randoms ist es immer schwer. Wir werden mal hinbekommen, dreimal die Blume zu ziehen. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe, wenn hier einer mit einem Rageband da mit uns am Nerven ist. So, da hinten ist noch eine Blume. Bitte nicht die Spawn. Oh, sie ist die Spawn. Ja, wir hängen gerade ein bisschen sehr hardcore hinterher, muss ich sagen. Also, oh je, das kann ja was werden. Auch wenn ich meine Teammates sehe. Keiner hat Rüstung. Das kann ja was werden. Nice. Jetzt haben wir noch eine dritte Blume bekommen. Das heißt, dann haben wir eigentlich alles so gesehen. Ich glaube, ich meine, durch gehabt eigentlich. Vielleicht drei Pilze, aber das kommt dann auf das gleiche wieder aus. Das heißt, ich schätze mal, dass es jetzt keinen großen Unterschied macht. Aber wir versuchen mal kurz hier zu überleben. Oh, oh, da kommen schon die Gegner. Ich muss sie wissen bei allen. Das jetzt hier nicht gleich. Und sie sollen wieder komplett kaputt machen. Oh, schneller, schneller. Gleich sind sie da. Oh, oh, schnell. Brau, 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 brau. Oh, oh. Die haben schon Schattens. Oh je, oh je. Ah, okay. Zack. Okay, das war doch Healing Potion. Wir sehen gerade eben. Das heißt, dann ist das Kit auf jeden Fall. Es geht, ne? Das ist was wir uns sagen. Es geht halt, ne? Also, auf jeden Fall sehen wir gerade hier die Aktivitäten von diesem Kit. Ah, ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich glaube, wir müssen ein bisschen wandern. Okay, wir müssen nochmal die Gift Potion da reinpacken, falls es aber. Ich merke schon, das sind so welche, die wieder mit uns spielen wollen. Ich muss sagen, wo ich gerade die Gift Potion draufgeschmissen habe, das war jetzt nicht so lang. Also, so krass ist die Gift Potion auch wieder nicht. Ja, aber er zieht es zurück. Er will mich mit Feuer bekämpfen anscheinend. Interessant auf jeden Fall. Oh je, das ist eine ganz schwitzige Runde wieder. Also, sagen wir mal, Rest in Paris, ne? Aber ich würde sagen, das war es dann auch schon mit diesem Video zu dem Archimisten-Kit. Meiner Meinung nach ist das Archimisten-Kit wieder, wie ich es vermutet habe, eins der super tollen, schönen, aber super tollen, unnötigen Kids. Aber ihr könnt mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr zu dem Archimisten haltet. Aber ich würde sagen, wenn ihr das Video gefallen hat, dann lasst noch einen Daumen noch da. Wenn ihr richtig Ehrenmänner seid oder auch Ehrenfrauen, dann lasst doch mal ein Abo auf den Kanal da. Achtet ihr die Glocke, das nächste Mal weiter, das ist von Bedrohers auf meinem Kanal. Den ihr verpasst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ciao. Ciao.